Yo, yo, was geht ab? Euer Pex Brothers am Start und heute gibt es mal wieder eine kleine Runde Rocket League. Ja, heute gibt es mal ein 1 vs. 1. Letzte Woche gab es ein 2 vs. 2, davor die Woche ein 3 vs. 3. Und ich denke mal, nächste Woche gibt es hier ein hektisches Spiel zwischen zwei Vierer-Teams. Das heißt nämlich hier Chaos. Aber ich mache einfach mal hier ein 1 vs. 1 und mal schauen, wie schnell wir einen Gegner finden. Letzte Woche haben wir ja richtig auf den Sack bekommen bei 2 vs. 2. Und ich hoffe mal, dass es einfach ein bisschen besser hier heute läuft beim 1 vs. 1. Suche läuft, Suche läuft, Suche läuft, Läuft, Läuft. Und da haben wir einen EU-Server gefunden. Weil EU-Server spiele ich eigentlich nur, weil da der Ping einfach am besten ist und nicht bei den Ami-Servern oder sowas. Aber mal schauen, welchen Gegner wir hier bekommen. Spielersuche läuft noch. Okay. Nicht, dass wir jetzt hier gegen so einen Commuter-Gegner spielen. Das wäre natürlich richtig langweilig. Soll schon ein Online-Gegner sein. Soll schon ein Online-Gegner sein. Und wenn wir halt wieder verlieren, dann ist es halt so. Mein Spiel ist ganz klare Sache FIFA und nicht Rocket League. Und wir bekommen wirklich ein... Ähm... Wir bekommen wirklich ein... KI. Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir hier einen Online-Gegner. Und der... Entweder macht er das hier nur als Schau und der geht gleich richtig ab oder... Ich weiß nicht, der fährt irgendwie so komisch mit dem Ball. Ja, das war auch nicht gerade schlau eben von mir. Aber zum Glück habe ich hier den... Den Babbo-Turbo. Zack, nach vorne mit dem Ding. Nochmal treffen. Ja. Oh. Hat er richtig gut verteidigt hier. Hätte ich nicht gedacht, dass hier der... Äh... Die... Eddie... Es die Monster da rankommt, oder wie der Typ da heißt. Komm, jetzt schnell fahren. Ne, den kriegen wir nicht mehr. Den kriegen wir nicht mehr. Den kriegen wir nicht mehr. Was macht der denn da jetzt? Wahrscheinlich seine Taktik da immer im Tor zu stehen und dann schnell zu kontern. So wie jetzt hier. Ah, der Ball ist hochgeflogen. Ne, jetzt kommt er hier an. Was macht der denn? Nein. Nein. Au. Au, au, au. Nochmal Glück gehabt. Nochmal Glück gehabt. Nach vorne das Ding. Und dann auf dem Ablaufen, dass er jetzt hier hochfliegt. Aber... So natürlich nicht. Ey, das gibt's doch gar nicht. Der macht das die ganze Zeit so. Er wartet einfach immer im Tor. Und dann versucht er einen Konter. Zu fahren. Wie ich jetzt. Aber ich triff den Ball nicht. Ich triff den verdammt normalen Ball nicht. Und der muss jetzt raus. Schön gemacht hier. Und jetzt nach vorne mit dem Ding. Mann, ich komme einfach nicht hier irgendwie so perfekt aufs Tor. Weil 1 vs. 1 kann man natürlich richtig geile Longshots machen. In die Mitte. Und jetzt. Mein Ding. Mein Ding. Nicht mein Ding. Zack. Weg mit dir hier. Komm. Mann. Wir müssen den Ball treffen. Ich bin so schlecht, Mann. Ich bin so scheiße. Wir hätten hier schon locker fühlen können. Weil der Gegner ist jetzt auch nicht so ein Pro, sag ich mal. Aber der geht gefährlich aufs Tor. Aber den trifft da garantiert wieder. So, jetzt haben wir mal das Ding einfach. Ja, der geht rein. Der geht rein. Der geht rein. 1 zu 0 hier für uns. Gegen Essie Dick Monster. Oh. Geiler Name. Definitiv. Oder wie heißt der? Oh, wie wird der ausgesprochen hier? Ja, irgendwie so wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich fahre erstmal nach hinten. Hol mir den Turbo. Okay, hol mir doch nicht den Turbo. Der macht auch nichts. Komm, der geht rein. Nein, der geht nicht rein. Der geht rein. Boots, Junge. Ausgetrickst. Zack, Junge. 2 zu 0. Sehr schön. Dann können wir doch mal hier in Rocket League gewinnen und nicht immer nur verlieren. Sehr schön. Mit 72 Gamera habe ich ihn da reingehauen. Sehr schön. Ganz stark, würde Thilo jetzt sagen. Ganz stark. Erstmal Turbo holen und dann... Oh. Den hätte er jetzt einfach nur aufs Tor hauen müssen und dann wäre es richtig gefährlich geworden. Aber so doch nicht, mein lieber Gegner. So doch nicht. Komm, mach mal noch das 3-0. Ja. Ich habe kein Turbo mehr. Ich habe kein Turbo mehr. Aber ich hole mir jetzt Turbo. Turbo, Turbo, Turbo. Weil ohne, wenn man halt die 100er Turbo da Boost hat, hat man wirklich einen richtigen Vorteil. Oh, jetzt sind wir rüber geflogen und jetzt hat der Gegner eine richtig gute Chance, wenn der jetzt nicht irgendwie so komisch fahren würde. Sehr schön. Sehr schön. 3-0. 3-0. Star, dann kann ich hier mal einen Zorri raushauen. Und dann machen wir das 4-0. Der Gegner war wahrscheinlich gar nicht dran. Dann haue ich noch mal ein Ups raus hier und dann nochmal ein Nein und ein Danke. Mal schauen, ob er jetzt wieder dran ist. Das wäre natürlich langweilig, wenn er jetzt hier einfach so aufgeben würde. Ne, der bewegt sich. Der bewegt sich definitiv. Ja, Sieger durch Aufgabe. Ihr habt es gesehen, Leute, der Gegner hat hier abgebrochen. Also wir sind so gut, dass der Gegner hier abbricht. Also der Gegner war halt bloß auch nicht so gut. War auf Augenhöhe von mir, sage ich mal. Aber ja, es macht mir trotzdem Spaß. Am besten ist natürlich 3 vs. 3. Da stechen die Pros, sage ich mal, nicht so raus. Auf jeden Fall bedanke ich mich dann fürs Zuschauen. Mir hat es wieder richtig viel Spaß gemacht. Wenn ihr mehr Rocket League Videos sehen wollt, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Ich bin dann raus. Tschüssikowski. Und ciao.